Die beste Software für die Videobearbeitung jetzt Pro Honor 8. Huawei hat angekündigt, dass ein neues Flaggschiff Pro 8 Anwendung für Smartphone Quick für die schnelle Video-Editing von den weltbekannten Herstellern von Action-Kamera GoPro war. Honor ist die stärkste Linie von Smartphones heute, Honor 8 Pro, entwickelt, und mit den Anforderungen der intensivsten Multimedia-Anwendungen. Nun, dank der Zusammenarbeit mit der GoPro in allen neuen Geräten Hawaii Quick-Anwendung wird standardmäßig als Video-Editor in einer Standard-Galerie im UI 5.1 Schnittstelle integriert werden. Smartphone Honor 8 Pro bietet Video-Enthusiasten unendlich viele Möglichkeiten für kreativen Ausdruck. Für dieses Smartphone verfügt über Quad-HD-Display mit einer Diagonale von 5,7 Zoll, die Pixellichte von 515p und Farbskala, die zu einem professionellen Kino-Standards liegen. 8-Kern-Chip Kirin 960 mit dem Grafikprozessor Mali-G71 gepaart Stütz-Vulkan-AP und Batteriekapazität von 4000 Mal Verwendung dieser Anzeige zu 100% erlaubt. Wir sind sehr erfreut über die Chance of Honor zusammenzuarbeiten, einem der Weltmarktführer bei Smartphones, sagte ein leitender Geschirr-FTSFA mit tilde 1-4er GoPro CJ Probe, CJ Probe. Minus diese Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, unsere Produkte vorstellen, um neue Nutzer weltweit. Honor 8 Pro Highlights bekamen auch eine neue Funktion, die automatisch Bilder und Videos sortiert. Anhang Quick erlaubt nur ein Klick Fotos für wohl synchronisierten Rhythmus der ausgewählten Musiktitel genommen zu erzeugen. Nach dem Erstellen eines Videos kann der Benutzer bearbeiten eine umfangreiche Bibliothek von Filtern, Übergängen und Spezialeffekten, und es mit ihren Freunden teilen. GoPro ohne erlaubt es den Kunden einzigartige und atemberaubende Bilder zu schaffen, die die Sicherheit und Gesundheit der Smartphone-Besitzer nicht viel Aufwand erfordern und nicht gefährden. Jetzt kann der Benutzer leicht die Foto- und Videokameras GoPro und der Ehrengalerie 8 Pro und sich in Fivul übertragen Quick-Anwendung generieren. GoPro und Ehre, die ideale Kombination von Produkten und Lösungen für junge und aktive Nutzer, die das Abenteuer lieben und gehen müssen, um der Lage sein, Videos zu erstellen und sie mit Freunden teilen, minus sagte Probe. Der Verkauf von Honor 8 Pro begann am 7. April. Das Smartphone ist in blau, schwarz und goldfarben erhältlich. 32 GB minus Dollar 400, 64 GB minus Dollar 450.